AR-Info Explorer. Neues aus Wissenschaft, Technik und Multimedia. Heute mit Udo Langenol und in dieser Sendung berichten wir unter anderem über den Streit um neue IP-Gesetze in den USA und sie erfahren, wie die Europäische Weltraumorganisation ESA in Darmstadt in Zeiten knapper Kassen arbeiten will. SOPA und PIPA, diese zwei Kürzel, stehen für Gesetzesinitiativen der US-Regierung, die bei vielen Internet-Nutzern und Anbietern harsche Kritik hervorrufen. Ein schlechtes Gesetz, nennt Wikipedia-Gründer Jimmy Wales das Anti-Piraterie-Gesetz SOPA. Und darum schaltete Wikipedia sein Angebot aus Protest am Mittwoch dieser Woche für 24 Stunden einfach mal ab. Andere Firmen im Silicon Valley hielten sich mit derlei Aktionen zurück. Sowohl Facebook als auch Twitter machten bei dem zeitlich begrenzten Webstreik nicht mit. Der Branchenverband NetCoalition, dem Netzgiganten wie Amazon, Google, Ebay und Yahoo angehören, spricht allerdings von einer Bedrohung für Innovation im Internet und für das Jobwachstum. Nicole Markwald berichtet. Filmemacher Taylor Hackford hatte am Tag des Kinostarts seines Films Ray ein unschönes Erlebnis. Ich war auf der Canal Street in New York, noch bevor der Film zum ersten Mal im Kino lief. Jedenfalls konnte ich da auf der Straße Ray schon auf DVD mit tollem Cover und so kaufen. Der Film war auf illegalen DVDs gelandet. An ihnen verdiente Hackford keinen Cent. Der Filmemacher ist auch Präsident des US-Regisseursverbandes Directors Guild. Und der macht sich neben vielen anderen Branchenriesen wie Viacom, Time Warner, Universal Music oder Sony für einen besseren Schutz urheberrechtlich geschützter Inhalte im Netz stark. Unter dem Namen Creative America haben sich zahlreiche Hollywood Studios, Fernsehsender, Gewerkschaften und Verbände zusammengetan, um sich für zwei geplante Gesetze stark zu machen, die Internetpiraterie und Urheberrechtsverletzungen besser bekämpfen sollen. Internet-Kriminelle stehlen amerikanische Arbeitsplätze, indem sie geklaute Filme, Fernsehshows und Musik verkaufen. Sie stehlen amerikanische Ideen und verhindern Innovation. Aber wir können sie stoppen, wenn der Kongress ein Online-Piraterie-Gesetz verabschiedet, heißt es in dem Spot. Dafür hat Hollywood in Washington kräftig Lobbyarbeit geleistet. Deshalb werden im US-Kongress derzeit zwei Entwürfe verhandelt. Der Stop Online Privacy Act, kurz SOPA, und der Protect IP Act, kurz PIPA. Sie sehen vor, dass künftig Internetprovider und Suchmaschinen Zugriffe auf Seiten mit möglicherweise urheberrechtsverletzenden Inhalten unterbinden sollen. Kritiker befürchten, dass dies zu einer willkürlichen Sperrung von Web-Angeboten führt und sprechen von Zensur im Netz. Hollywood legt sich mit dem Silicon Valley an. Und der Aufschrei dort ist bis ins kleinste Büro des US-Kongresses zu hören. Ein schlechtes Gesetz, urteilt WikiLeaks Mitbegründer Jimmy Wales scharf. Natürlich wolle jeder Piraterie im Netz unterbinden, sagt Trevor Tim von der Verbraucherorganisation Electronic Frontier Foundation. Aber diese Gesetzestexte seien zu weitreichend. Sie würden Millionen von unschuldigen Nutzern betreffen und die freie Rede beschneiden. Der Entwurf müsse verschwinden, heißt es weiter von der EFF. Declan McCulloch vom Branchendienst CNET sagte auf CNN, es sei ein Problem, dass Webseiten illegal Filme, Musik oder E-Books anböten. Aber da müsse man mit einem Skalpell operieren, nicht mit der Axt. Hollywood hat einen Punkt hier. Sie haben Webseiten, die auch Filme, Musik und E-Books anböten. Also es ist ein Problem. Das Problem ist, dass es ein Hatchet braucht, wo man einen Skalpell braucht. Auch wenn ein härteres Vorgehen gegen Raubkopierer nötig wäre, die Internetunternehmen reagieren massiv auf Sopa und Pippa. WikiLeaks, Greenpeace, der Nachrichtenaggregator Reddit oder Firefox-Mutter Mozilla für einen Tag offline. Twitter-Chef Dick Costolo geht das zu weit. Als Reaktion auf eine innenpolitische Debatte, ein globales Business dicht zu machen, sei albern, verkündete er in einem Tweet. Unzählige andere Branchenriesen entschieden sich für eine weitaus mildere Form des Protests. Eine Gruppe Cyberkriminelle aus St. Petersburg nutzte jahrelang die laschen Sicherheitsstandards bei Facebook für kriminelle Geschäfte aus. Mit geklauten Profilen und Details von Nutzern zockten sie Millionen ab. Und obwohl mittlerweile bekannt ist, wie die Männer heißen, woher sie kommen und welche Summen in ihre Taschen wanderten, reisen sie fröhlich weiter kreuz und quer durch Europa und geben und gaben ihre Millionen aus, die sie mit ihren Betrügereien verdient haben, wie Kai Laufen herausgefunden hat. Sie kaufen Luxusautos, reisen in die schönsten Gegenden Europas, umgeben sich mit hübschen Frauen und sie verdienen das nötige Kleingeld dafür mit Internetkriminalität im großen Stil. Coopface heißt eine Bande raffinierter Betrüger, die seit einigen Jahren Facebook und andere soziale Netzwerke ausnutzen. Übergeknackte Nutzerkonten verbreiten die Täter Schadsoftware und leiten Internetverkehr um. Rund zwei Millionen Dollar sollen sie so im Jahr verdienen, schätzen Internetsicherheitsexperten wie Ryan Flores von der asiatischen IT-Firma Trendmicron. Die Coopface-Bande ist bei all dem nur Zwischenhändler. Sie infizieren die Rechner der Facebook-Nutzer und dann leiten sie den Internetverkehr direkt an diejenigen weiter, die das eigentliche Geschäft mit den gefälschten Suchergebnissen und dem Klickbetrug machen. Außerdem fungieren sie praktisch als Vertriebsgesellschaft der Hersteller von gefälschter Antivirensoftware und bringen denen die Kunden. Aber jetzt stehen sie am Pranger. Anton, Roman, Alexander, Zvatoslav und Ledet sind enttarnt, ihre Nachnamen der Polizei bekannt. Denn sie haben Fehler gemacht. Und das hat ihnen Jan Drömer nicht verziehen. Der junge Mann aus Hamburg hat sich die bekannten Daten über den Coopface-Wurm immer wieder angesehen und die kleinen Fehler ausgenutzt. Das hat mehrere Monate gedauert. Es ist natürlich keine Vollzeitrecherche, es ist immer mal abends ein paar Stunden, aber es sind etliche Stunden. Ich kann das nicht beziffern. Es ist eine endlose Puzzlearbeit und man kommt auch tagelang nicht weiter und irgendwann gelingt dann der Durchbruch und man ist wieder ein Schritt weitergekommen. Aber es ist ein erheblicher Zeitaufwand, ja. Viele Stunden seiner Freizeit hat der Computerinteressierte investiert. Im Februar 2010 hatte Jan Drömer dann fünf Namen mit Adressen ermittelt, alle im russischen St. Petersburg. Er gab seine Erkenntnisse an das FBI weiter und an die Facebook-Verwaltung. Die Hartnäckigkeit, mit der Jan Drömer seine Privatermittlungen betrieb, zeugen auch von einem gewissen Respekt, den er durchaus für das professionelle Vorgehen der Täter hat. Das, was Q-Face so erfolgreich macht, ist nicht unbedingt die vielen technischen Neuerungen, die sie dort eingebracht haben, sondern dass die ganze Operation eben wie ein Betrieb gemanagt wird. Und es ist ein sehr effizientes Management dieses ganzen Angriffs im Prinzip permanent gewesen. Ob die Täter jemals gefasst werden, ist unklar. Bis zuletzt konnten sie ungehindert durch Westeuropa reisen. Dem SWR liegen Urlaubsfotos aus Mallorca, Monaco und Baden-Baden vor. Das Facebook-Management hat im Kampf gegen Q-Face seine Sicherheitsabteilung deutlich vergrößert. Aber eines ist klar, das größte soziale Netzwerk wird auch weiterhin attraktiv für kriminelle Umtriebe sein. In dieser Woche stellte ESA-Direktor Thomas Reiter im Europäischen Kontrollzentrum in Darmstadt die Projekte der Europäischen Raumfahrtorganisation für 2012 vor. Schulden- und Eurokrise haben den Etat für die europäische Raumfahrt bisher weitgehend verschont. Aber Ende 2012 tagt der Ministerrat der EU und beschließt den neuen Vierjahresplan. Thomas Reiter will dabei sein Mondprojekt absichern lassen. Stefan Willert hat mit ihm gesprochen. Gespart werden muss bereits beim Betrieb des europäischen Labormoduls Columbus in der internationalen Raumstation. ESA-Direktor Thomas Reiter sieht über einen Widerspruch, wenn man zunächst viel Geld in den Aufbau der internationalen Raumstation investiert und sie dann nicht umfassend nutzen kann. Ich kann mir einfach schwer vorstellen, dass man diese großen Investitionen für die Infrastruktur gemacht hat und jetzt, wo es darum geht, das zu nutzen, zu sagen, okay, das tun wir nicht. Das wäre vergleichbar, wie wenn ich irgendwo ein großes Haus baue, in das ich einziehen möchte und dann, wenn es fertig ist, sage ich so, jetzt habe ich kein Geld, um da einzuziehen. Auch die Mondmission Lunar Lander ist offenbar bedroht. Für 2018 hatte ESA-Direktor Reiter die Landung eines unbemannten Landegerätes auf dem Mond geplant. Später sollten bemannte Flüge folgen. Jetzt muss Apollo-Fan Reiter kämpfen. Die ESA-Ministerratstagung entscheidet im November über das Mondprogramm. Verschärft sich die europäische Schuldenkrise weiter, könnten neue Weltraumprogramme akut in Gefahr geraten. Thomas Reiter sieht sich bereits nach Kooperationspartnern um. Ich sehe das nicht als ein Schritt, das jetzt das Ende der bemannten Raumfahrt einläutet. Das wird weitergehen, ob mit oder ohne uns. Man sieht es an dem enormen Interesse, dass China an diesem Thema hat, dass Indien an dem Thema hat. Es wird auf eine stärkere internationale Zusammenarbeit hinauslaufen, um eben die Kosten für den Einzelnen etwas zu reduzieren. Und damit habe ich überhaupt keinen Zweifel daran, dass es weitergeht, mit einer etwas geringeren Geschwindigkeit vielleicht, als das in den letzten Jahren war. Aber es wird weitergehen. Gute Nachrichten für das Europäische Kontrollzentrum in Darmstadt. Dienstsitz von Thomas Reiter. Der Ausbau in Darmstadt verläuft nach Plan. Der Ausbau Darmstadt ist nicht in Gefahr. Der Aufbau des neuen Gebäudes geht voran. Das Projektteam läuft. Die Finanzierung, zumindest was wir von der Landesregierung hören, ist sichergestellt. Wir betreiben gegenwärtig 17 Satelliten und zwölf weitere Satelliten sind in Vorbereitung. Er fordert einfach, dass wir uns darauf einstellen. Also die Arbeit wird nicht weniger werden, sie wird zunehmen. Die Kompetenzen sind nur hier vorhanden. Vieles kann gar nicht irgendwo anders oder durch jemand anderen gemacht werden. Insofern kommt das alles gut zusammen und der Aufbau steht so, wie es geplant war. Auf dem Programm stehen in diesem Jahr etliche europäische Missionen, an denen die ESA-Experten aus Darmstadt mitwirken. Die Starts der Wettersatelliten Metop B und MSG3, die Swarm-Mission zur Erkundung des Erdmagnetfeldes und der Start der nächsten beiden Satelliten für das europäische Navigationssystem Galileo. Die Finanzierung dieser Vorhaben aus dem Bereich der unbemannten Raumfahrt ist nicht gefährdet. Die Mitarbeiter des Europäischen Kontrollzentrums in Darmstadt haben nach wie vor alle Hände voll zu tun. Sie hören hr-info-explorer Neuss aus Wissenschaft, Technik und Multimedia. Die Schweiz war einmal der Hort der Millionen und Milliarden, die vor dem strengen Auge der Finanzämter aus aller Herren Länder geschützt oder auch mal versteckt werden sollten. Diese Zeiten sind längst vorbei. Unter internationalem Druck musste sich der Finanzplatz in den Alpen öffnen. Doch nun haben findige Geschäftsleute eine neue Geldquelle gefunden, die an die goldenen Finanzzeiten anknüpfen soll. Datencenter werden aus dem Boden gestampft, die den Ruf der Schweiz als sicheren Hafen für ganz Delikates gerecht werden sollen. Hans-Jürgen Maurus Franz Grüter hat viel vor. Grüter ist CEO der Schweizer Firma Green.ch und kennt sich vor allem mit Daten- und Rechenzentren aus. Schweizer Data Center als Exportschlager, das ist die Vision von Franz Grüter. Er nennt sein Geschäftsmodell Private Banking von Daten. Seine Firma betreibt allein vier Datenzentren in der Schweiz und das Unternehmen expandiert weiter. In diesem Jahr ist die Errichtung eines sogenannten Innovation Towers geplant. Ein siebenstöckiges Gebäude mit 400 Arbeitsplätzen. Grüter gibt Vollgas. 10.000 Quadratmeter Nutzfläche mit einem Investitionsvolumen von 100 Millionen Franken sind angepeilt. Die Flächen werden dann zur Einrichtung von Rechenzentren vermietet. Hinzu kommen Datenschutz und Cloud Computing Services auch für Mittelständler. Die Schweiz als sicherer Datenhort, so Grüter, das sei das neue Gold für die Schweiz. Und er zieht Vergleiche mit der mittlerweile angeschlagenen Finanzindustrie. Das Rechenzentrumsgeschäft habe große Ähnlichkeiten mit dem Private Banking, so der 49-jährige Datenexperte. Es gehe um Vertrauen, Zuverlässigkeit, Stabilität und Sicherheit. Zudem seien die Möglichkeiten von Behörden, Zutritt zu erzwingen, in der Schweiz gering. Es gebe hochqualifizierte Arbeitskräfte, es werde nicht jeden Tag gestreikt und die politische Stabilität sei groß. Daten als Goldmine? Warum nicht? Datencenter sind ein Wachstumsmarkt, so das Ergebnis einer Credit Suisse-Studie. Die Autoren schätzen das Wachstum in den nächsten Jahren auf 20 Prozent. Konzerne wie Yahoo, HP, IBM oder Swift sind bereits in der Schweiz oder ziehen derzeit neue Zentren hoch. Und Green Chef Rüter arbeitet bereits am nächsten Coup. Ein 13 Millionen Franken Pilotprojekt mit dem Schweizer Konzern ABB. Es geht um eine Versorgungsanlage auf Gleichstrombasis, wodurch der Stromverbrauch im Rechenzentrum um fast 30 Prozent reduziert werden kann. Green.ch unterstützt auch Energieprojekte aus nachhaltiger Produktion wie Wirbelwasserkraftwerke und macht damit seinem Namen alle Ehre. Israelische Internetdienste, Webseiten und Datencenter sind seit Wochen Hackerangriffen ausgesetzt. Mal ist die Seite des Luftfahrtunternehmens El Al offline, dann wieder landen vertrauliche Bankdaten in der Öffentlichkeit. Und während die Regierung mit dem Säbel rasselt und vom Cyberkrieg spricht, halten IT-Experten das Hightech-Land für schlecht gerüstet, wenn Hacker israelische Datendienste ins Visier nehmen. Dorsten Teichmann. Plötzlich ist die Internetseite der Fluggesellschaft El Al nicht mehr zu erreichen. Am Nachmittag folgt ein Angriff auf die First International Bank und deren Tochtergesellschaften im Internet. Jetzt bricht Unruhe aus. Banken sperren ihr Online-Angebot für Zugriffe aus dem Ausland. Das Ziel der Aktion sei klar, sagt der Wissenschaftler Rami Lewy zum Angriff. Lewy beschäftigt sich mit Wissenschaft, Technologie und Sicherheit an der Universität Tel Aviv. Dieser Angriff schließt an den Angriff des saudischen Hackers an, der vor eineinhalb Wochen passierte. Ihr Ziel ist nicht der Diebstahl von Informationen, sondern das normale Leben eines Staates zu stören. Es ist also der zweite Hackerangriff innerhalb weniger Tage. Zu Beginn des Monats hatte der sogenannte saudische Hacker Kreditkartendaten israelischer Kunden veröffentlicht. Ein Nerd aus Saudi-Arabien, der es in Israel jetzt zu einiger Prominenz gebracht hat. Das größte Online-Portal Ynet sagt, man habe mit ihm gesprochen. Er wolle Israel finanziell und sozial schaden, als Rache für das Leid und den Tod unschuldiger Palästinenser. So etwas ruft Dani Ayalon auf den Plan. Der stellvertretende Außenminister warnt, betont martialisch. Israel hat enorme Möglichkeiten, sich zu schützen. Und ich erinnere daran, dass wir davon Gebrauch machen und alle Schlupflöcher finden. Auf der anderen Seite muss klar sein, wer immer Israel schadet oder plant, Israel zu schaden, das schließt einen Cyberkrieg ein, der wird auch verletzt. Niemand ist geschützt vor Israels Vergeltungsaktionen. Die Sache ist ernst, denn an Israels Verteidigungskraft im Web gibt es Zweifel. Die israelische Tageszeitung Haaretz schreibt, Ministerpräsident Benjamin Netanyahu habe zwar eine Taskforce ins Leben gerufen, die habe aber kein Budget, kein Personal und deren rechtliche Befugnisse seien auch nicht geklärt. Ihr Ziel ist es, die Abwehr von Cyberangriffen zu koordinieren. Daran haben aber offenbar nicht alle staatlichen Stellen ein Interesse. Es klingt, als wolle niemand Einfluss und Befugnisse teilen. Allerdings, Noam Pechler, verantwortlich für Datensicherung beim größten IT-Service des Landes, sieht nicht nur den Staat, sondern auch die israelische Wirtschaft in der Pflicht. Die Aufdeckung der Ereignisse der letzten Tage muss schlussendlich zu einem verpflichtenden Standard führen, der Datenschutzsysteme für Internetseiten definiert. Die muss es geben, damit so etwas in Zukunft nicht passieren kann. Mittlerweile gibt es im Netz auch selbsternannte Rächer. Sie veröffentlichen Passwörter von Facebook-Nutzern aus Indonesien, also von Moslems, drohen mit der Veröffentlichung von saudischen Kreditkartendaten und erklären, sie stünden bereit, wenn Israel zum Cyberkrieg aufrufe. Der IT-Berater Chaim Reinhold nimmt die Sache ernster. Er sagt, die neuen Angriffe aus dem Ausland seien der zweite Weckruf. Wir sprechen von einer Eskalation. Wir können uns aber nicht vorstellen, wo das enden wird. Wir haben immer noch nicht verstanden, wie sehr wir vom Internet abhängig sind. Und die Frage ist, was passiert, wenn es einen abgestimmten Angriff gibt auf hunderte von Internetseiten, die wir ständig benutzen. Das könnte sogar die Wirtschaft Israels beeinflussen. Mit einem Experiment soll der mögliche Einfluss einer US-Radarstation auf den Absturz der russischen Raumsonde Phobos Grund analysiert werden. Messgeräte, wie sie auch an Bord des Flugkörpers waren, werden in einem Labor in Moskau testweise Radarstrahlung ausgesetzt. Wegen einer Panne am Triebwerk kam die Sonde kürzlich nach dem Start nicht über die Erdumlaufbahn hinaus. Die Trümmer waren am vergangenen Sonntag in den Südpazifik gefallen. Heide Rasche Kaffeesatzleserei nennt ein Vertreter der russischen Raumfahrtindustrie die Versuche, ohne Wrackteile die mögliche Absturzursache der Mars-Sonde Phobos Grund herauszufinden. Der nicht namentlich genannte Experte sagte in einem Interview mit der russischen Nachrichtenagentur Ria Novosti, seiner Überzeugung nach könne die Untersuchungskommission am Ende keine tatsächlichen Ergebnisse vorlegen, sondern lediglich Vermutungen. Der Kreml jedoch hatte in den vergangenen Tagen eingefordert, es müsse der Schuldige für diesen Misserfolg gefunden werden. Deshalb kündigte der Leiter der Untersuchungskommission für die nächsten Tage aufwendige Experimente an, um zu überprüfen, ob der Verdacht stimme, dass die Instrumente der Mars-Sonde möglicherweise durch Radarstrahlung beschädigt worden seien. Die Tageszeitung Kommersant hatte einen Sprecher der russischen Raumfahrtbehörde mit der Vermutung zitiert, Phobos Grund könne durch Zufall in die starke Strahlung einer amerikanischen Radarstation im Pazifischen Ozean geraten sein. Möglicherweise sei dadurch in den ersten Stunden nach dem Start die Elektronik der Mars-Sonde zerstört worden. Vizepremier Ragosin wollte diese Version zumindest nicht ausschließen. Es gibt in der Tat solche Informationen von unseren Experten. Sie haben festgestellt, dass es bei unserer Weltraumtechnik häufig zu Ausfällen kommt während der Flugphase, die nicht unter der Kontrolle von Roskosmos steht. Das wird natürlich erforscht. Das ist denkbar. Ich hoffe, dass es nicht so ist. Aber wenn sich das bestätigt, ziehen wir die nötigen Konsequenzen. Es ist jetzt noch zu früh, darüber zu reden. Jetzt will die Raumfahrtbehörde in einem Laborversuch den möglichen Einfluss von Radarstrahlen auf die Messgeräte der Mars-Sonde untersuchen. Die endgültigen Ergebnisse der Kommission sollen Ende Januar der Öffentlichkeit präsentiert werden. Der Absturz von Phobos Grund ist für die russische Raumfahrtindustrie ein schwerer Rückschlag. Insgesamt missglückten im vergangenen Jahr fünf verschiedene Starts, darunter auch der eines Versorgungsschiffes für die internationale Raumstation ISS. Die Folgen des Tsunamis mit der Atomkatastrophe im AKW Fukushima vor fast einem Jahr ziehen immer weitere Kreise. Nachdem bereits große landwirtschaftliche Flächen wegen zu hoher Belastung mit radioaktiven Substanzen gesperrt wurden, ist nun die Baubranche in die Kritik geraten. Ausgerechnet Zement, der für den Wiederaufbau der zerstörten Gebiete dringend gebraucht wird, ist hoch radioaktiv belastet. Nun haben Wissenschaftler wenigstens herausgefunden, woher dieses Baumaterial stammt. Die Kette lässt sich relativ leicht zurückverfolgen. Einer der Bestandteile des verwendeten Zements sind Steine aus einem Werk in Namje. Teile des Ortes im Nordwesten des Atomkraftwerkes erklärte die Regierung erst am 22. April zur Evakuierungszone. Bis dahin wurde dort regulär gearbeitet. 5200 Tonnen sind in der Zeit geliefert worden. Ich war stolz darauf, dass ich im März und April Materialien bereitstellen konnte, die für den Wiederaufbau genutzt wurden. Ich war mir überhaupt nicht bewusst, dass die Stoffe radioaktiv belastet sein könnten. Gestand der Chef des Werkes in einem Interview mit dem japanischen Fernsehen. Ihm ist die Unwissenheit durchaus abzunehmen. Verbindliche Grenzwerte für die radioaktive Belastung von Baumaterialien gibt es bis heute nicht. Die Regierung schaffte es in den ersten Wochen nach der Atomkatastrophe nicht, die notwendigen Informationen zu nutzen. Berechnungen des computergestützten Vorhersagemodells wurden erst am 23. März veröffentlicht. Aber es dauerte noch einen Monat, ehe die Orte evakuiert wurden, an denen sich besonders viel Radioaktivität angesammelt hatte. Dazu gehörten auch Teile von Namie mit einer Strahlenbelastung von bis zu 100 Millisievert pro Jahr. Über die Produkte aus diesen Gegenden machte sich keiner Gedanken. Rund 200 Konstruktionsfirmen haben den Zement verwendet, der mithilfe der Steine aus Namie hergestellt wurde. Zum Teil wurden Straßen ausgebessert, Abwasserkanäle gebaut, aber auch Gebäude errichtet. Ich habe nichts davon gewusst und bin ziemlich geschockt. Ich mache mir schon ein wenig Sorgen, ob ich hier leben soll. So Bewohner eines Gebäudes in Nihonmatsu in Fukushima. Bei einer Studie über die radioaktive Belastung in der Präfektur waren die erhöhten Werte ans Licht gekommen. In China boomt nicht nur die Wirtschaft, sondern vor allem auch das Internet. Zwar legt die Regierung in Peking den Nutzern zahlreiche Fesseln an, viele Seiten sind gesperrt oder nur über kryptische Umwege erreichbar. Aber vor allem in den Ballungsräumen ist mittlerweile fast jeder online. Markus Rimmeler. China hat die mit Abstand größte Internetgemeinde der Welt. Mehr als eine halbe Milliarde Menschen, genauer 513 Millionen, sind in der Volksrepublik online. Allein im vergangenen Jahr stieg ihre Zahl um 12 Prozent, berichtet das chinesische Internet-Informationszentrum CNNIC. Besonders stark zugenommen hat demnach die mobile Internetnutzung über Telefone und Tablet-Computer. Die absoluten Zahlen sind wie immer in China hoch. Doch eine halbe Milliarde Menschen entsprechen nur etwa 40 Prozent der Bevölkerung. In den USA, dem zweitgrößten Internetmarkt, sind hingegen vier von fünf Einwohnern online. Die Internetbranche boomt in China. Zahlreiche Unternehmen, von kleinen Start-ups bis hin zu großen Konzernen, sind in dem Sektor entstanden. Gleichzeitig zensiert die Regierung mit ihrer sogenannten Great Firewall die Netzinhalte, filtert politisch heikle Themen heraus und blockiert ganze Webseiten, darunter auch Facebook, Twitter und YouTube. Das war die Sendung Explorer. Neues aus Wissenschaft, Technik und Multimedia. Weitere Informationen zu der Sendung finden Sie wie immer im Internet. Dort können Sie die Sendung auch als Podcast abonnieren oder ganz einfach downloaden unter hr-inforadio.de und bleiben Sie neugierig.